Es wird kein Problem, Commander. Du sagst jump, ich sage hau-hi. Du sagst mir, du küsst Satorian? Ich frage, welcher Gesicht. Ich bin glücklich, dass es kein Problem sein wird. Alles, was du brauchst, Commander? Wir sprechen später, Williams. Ich freue mich auf ihn, Sir. Commander, wie geht's dir? Warum wolltest du im ersten Moment ein CSEC-Officer sein? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gab mehrere Gründe. Wie? Wahrscheinlich das gleiche als die meisten Officer. Ich wollte gegen die Injustice kämpfen, ich wollte Menschen helfen. Ich glaube, mein Vater hatte etwas zu tun, auch. Er war CSEC, einer der besten. Ich lerne über seine Erwartungen, oder über seine Bildung auf den Vids, nach einem großen Arrest. Er hat meine Resignation ziemlich hart. Er ist nicht empfiehlt, dass du nach Saren gehst? Mein Vater ist CSEC-Officer. Ein Specter? Ja. Er hat mich gefragt, dass du ein Specter bist? Ich bin als ein möglicher Specter-Kandidat. Ich und über 1000 anderen Turan-Militeren. Ich konnte, dass ich speziell trainieren, aber mein Vater nicht lief. Er liebte die Specter. Er liebte die Idee, dass jemand ein wenig Macht hat, ohne Verantwortung. Er würde nicht like dich, Commander. Keine Entschuldigung. Nicht alle Specter sind wie Saren, du kennst. Natürlich nicht. Aber Saren wird nicht mit unseren Regeln spielen, CSEC-Regeln. Wenn du ihn nennen willst, Saren, dann musst du jemanden, der nicht von Polizien und Proceduren schickt. Du bist ein schnelles Lerner, Garrus. Wir werden ihn in seinem eigenen Spiel verletzen. Das ist der einzige Weg, jemanden wie ihn zu stoppen. Ich bin gerade hinter dir, Commander. Also, wir haben Saren auf dem Weg. Es wird nicht lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut. Er ist rot. Auf der Grund. Ich konnte es sagen, als ich ihn kennenzulernen. Warum hast du mir nicht gesagt? Ich würde, wenn ich es wichtig wäre. Ich würde, wenn ich es wichtig wäre. Ich glaube, ich würde gerne darüber hören. Das war ein langes Mal. Ich weiß nicht, Saren. Das war ein langes Mal. Es war ein langes Mal. Es war ein langes Mal. kein langes Mal. Ich habe ein langes Mal. Es war ein langes Mal. Ich war auf dem Weg. zu schauen, zu einem anderen Krediten. Ich war ein langes Mal. Das war dann, dass ich ihn gesehen habe. Was wollte Saren mit dem船? Ich weiß nicht, was er wollte. Er war einfach durch den船. Beide. Ein paar Amerikaner hat ihn mit Namen. Aber er hat nie mit ihnen gesprochen. Nie mit jemandem gesprochen. Ich hatte ein wirklich schlechtes Gefühl über ihn. Also habe ich die Hölle aus. Ich habe noch nicht erwartet, um zu bezahlen. Ich weiß nicht. Was ist das Fahrzeug? Was war Saren? Ich weiß nicht. Alles, was ich auf dem船 war, war Essen und Medikationen. Es gab einige Basis, aber nichts großartiges. Wenn es etwas von dem船 war, habe ich es nicht gesehen. Deshalb habe ich es nicht mehr erwähnt. Wer war es? Es war ein Polis-Trading-Vessel. Großartiges. Es war ein Polis-Trading-Vessel. Aber sie waren kein Spiel für uns. Das ist die einzige Zeit, dass du ihn gesehen hast? Ja. Ich wusste nicht, wer er war. Ich würde noch nicht, wenn ich nicht mit dir erinnert. Aber meine Instinkte waren richtig. Alle anderen Merc auf dieser Missione wurde tot in einer Woche geblieben. Alle verdammt einen. So lange, Rex. Schöpferd. Schöpferd. Oh, Hallo Schöpferd. 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 Ich weiß nicht. Ihr船 ist großartig. Und Ihr Krupp hat mir sehr großartig. Especially Ihr Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach aus dem Platz. Die Normandie läuft so schlafen, dass es fühlt, dass wir nicht mehr gehen. Und die Fahrzeuge sind so kalt. Wie schlafen Sie am Abend? Ist es zu ruhig zum Schlafen? Das ist zu ruhig zum Schlafen. Das ist zu ruhig zum Schlafen. Und ich habe nie zurückgekommen. Ich habe immer erwartet, dass etwas Schlimm passiert. Aber vielleicht haben sie nur ein anderes Leben. Du planst ja, um die Migrantenfläche zurückzuziehen, oder? Ich konnte nie meine Leute abandondern, Schöpferd. Ich werde irgendwann zurückgehen. Aber wir müssen Seren zuerst stoppen. Ansonsten könnte ich auch nicht ein Haus haben, um zurück zu gehen. Ich sollte gehen. See you later. Also da konnte man jetzt den Akzent auch hören, aber... vorhin bei der Mission irgendwie weniger. Ähm... Wir können ja auch mal gerade noch... Hallo, ich möchte das Zeug verkaufen, wenn es geht. Schauen Sie, die Verkaufs? Was hast du? Was, was du willst. Armour? Wieso sollte ich dir für meine Weapons und Armour kosten? Ich weiß nicht genug, das nicht von der... Hell, die Verkaufs haben mich alleine zurückgebracht, als ich möchte. Aber... Mal sehen, was du betrachtest, Commander. Das ist auch schlecht. Ähm... Ah, noch gar keine Mission. Dann müssen wir die vielleicht... nach Norvaria machen. Aber ich glaube, wir bekommen jetzt erstmal doch eine. Weil nach den... Mit den Leuten reden muss man halt eigentlich nur nach den Hauptmissionen. Und dann können wir sie überhaupt auch aufbauen. Und dann können wir ihn auch nach dem Schuss kommen, Schuss, jetzt versuchen wir uns nach unten. Und dann können wir, die Kassemieren wieder gewinnen, die Kassemieren wieder abziehen. Und dann stellen wir uns nachher aus. Und dann gehen wir erstmal. Und dannibli Indienstraße hinaus. Das war's für heute. Gut, dann müssen wir nur noch mal auf die Citadel. Die Citadel. Die Citadel hat die Böden. Ja, wie nehmen wir denn mal... Zwei. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is a shore. XO Presley has the deck. Ich bin der Verteidigung. Rear Admiral Mihailovic, V. Commander Shepard, SSV Normandy. Du wirst nicht wissen, wer ich bin, hast du, Commander? Ich bin der 63. Scout Flotilla. Du und Normandy waren für meine Unit nach dem Schake-Dun. Und die Council haben ihre Paws, Klaue, Tentacles, wassitzen. Sie haben sie auf unserer船, und du. Ich bin der Allianz, Herr. Als Specter, ich kann unsere Interessen zu den Councilen. Hm. Du wirst noch wissen, was ihr Blut ist, Shepard? Ich bin nicht die Politikerin' Entscheidung zu bringen. Es ist eine Möglichkeit. Ich bin dieser überdesignen Teil von Tin, doch. Das Schiff hat unsere Verteidigung ein paar Mal mehr. An exaggeration. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Diesen Experiment. Er verdient die Billionen aus unserer Appropriationsbillen. Für den gleichen Preis, wie wir einen starken Kruiser hatten. Aber nein. Wir mussten liebens liebens zu den Tauriern machen. Wir haben Geld in eine co-developed Boondoggle. Ich bin hier, um einen Inspektionskommander zu machen. Normandy ist ein Allianz-Warschip. Ich versuche, dass sie auf die Snaffe ist. Du, was du nicht lassen kannst. Wir werden uns gefühlt, sie zu dir zeigen, Admiral. Ich werde nur beten. Warte hier. Ich werde nicht lange. Ich bin nicht froh. Was hast du ausgesprochen? Wer hat diesen K.I.C.? Wer hat den K.I.C.? Wer hat den K.I.C.? Wer hat den K.I.C. auf jeden anderen ist, dass er nicht mehr als erinnert. Was wenn er braucht mit den Operatorn zu überdenken? Worte empfangen? Modified Turian-style. Sie wollen die Kommandanten schauen über ihre Abommenten, rather als in der Mitte von ihnen. Wir wollten sehen, wie effektivt sie mit dem K.I.C. können mit dem Saufgarten. Hmm. Reasenbar. Aber sie sollte das studieren im Labor, statt als auf einer Frontline-Warschiff. Ich hatte meine Hände an das DRIVE-Core, 120 Millionen Kredite von Element Zero, um zu machen das Ding zu können, ohne sich zu geben. Du wirst uns das DRIVE-Core machen können für 12,000 Fortschritte mit dem Geld? Was ist es, was es für ein paar Stunden für ein paar Stunden? Nämlich! Wir können in einem System loiteren und monitoren Traffic, oder auf Infiltration Teams auf den ganzen Worlds. Normandie kann es mehr effektiv als die Solerien-StG. Ah, wieso reicht das nicht? Abgesehen davon versteht er, glaube ich, nicht den Sinn eines Tarnschiffs oder einer Fregatte. Ah, es ist blöd, wenn man diese Dialogoptionen nicht hat, obwohl man alles geskillt hat hier. Man braucht ja auch hier, aber das ist auch etwas, wo sich das Spiel nicht entscheiden kann. Okay. Okay. Arty. 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 Ähm, okay, ich dachte, es sei ein Schnellreisepunkt, aber ist wohl keiner. Ich muss Botschaften sind in der Richtung. Ja, ist... Ja, ich möchte gerne sprinten, danke. Oder was auch immer. Ja, das hier ist. Joggen. Sprinten würde ich das hier auf jeden Fall nicht nennen. Äh, das ist die Empfangsdame. Ich weiß nicht, ob die mir überhaupt was sagen kann. Ja, das ist die Empfangsdame. Ich sehe, dass du meine Botschaft hast. Es war so, dass du ein paar Hilfe brauchst. Ich weiß. Meine Schwester Dahlia ist ein Crewman auf dem Cargo-Vessel, auf dem Weg nach den Fringern der Traverse. Sie hat sie verabschiedet von Privatiers. Es gab keine Verabschieden. Ich bin sorry für deine Verlust. Das ist wo es kompliziert ist. Last Woche, ich habe eine Message mit ihrer Sprache. Dahlia ist alive. Die Rest der Crew wurde getötet, aber sie wurde in der Präzion. Ich bin eine Verabschiede. Die Verabschieden haben mich eine große Verabschiede von mir, in der Fall für sie nicht verabschiedet. Du willst mir die Verabschiede? Ich habe bereits die Geld für die Verabschiede in der Begründung, die sie verabschieden haben. Nur sie hat sie niemals verlassen. Sie haben mich seitdem nicht verabschiedet. Ich habe eine Schreckliche Verabschiede gemacht, Shepard. Ich bin ein Diplomatiker. Ich habe eine Verabschiede für die Verabschiede von C-Sech. Aber ich habe Angst für Dahlia. Ich habe nur die Verabschiede. Jetzt ist sie noch nicht verabschiedet. Und wenn jemand herauskommt, was ich gemacht habe, ich könnte in der Verabschiede sein. Du willst mir die Verabschiede und zurückbringen? Du musst nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für dich gefunden. Ich habe die Verabschiede durch viele Begründung. Ich habe die Verabschiede durch die Verabschiede durch die Verabschiede. Dahlia. Dahlia.